Hallo Leute, ich bin Frederik Julien. Heute bringe ich euch mit Fischspotting. Wir sind wieder in Spanien, mit einem Black Bass. Ich hoffe, dass ihr den Show Spaß habt. Heute gehen wir für Bass. Wir beginnen mit Power Fisch. Wir fischen den Banken. Wir fischen aktiv. Wir suchen den Fisch. Wir haben den Banken mit Topwater. Mit kleinen, soft Jerkbait. Wir fischen schnell. Wir sehen, ob wir die Fisch folgen sehen. Wenn wir die Fischspotten sehen, werden wir langsam. Wir fischen mehr Finesse, wie Wacky-Style und Dropshotting. Aber wir müssen den Fisch sehen und sie besuchen. Topwater, Crankbait, kleine Jerkbait. Das ist der Grund. Heute fische ich mit Janik Linn. Mein guter Freund. Wir fischen zusammen in Frankreich. Ich bringe ihn in Spanien. Ich habe nicht oft die Chance für Bass. Das ist ein Fisch, den ich sehr lieb. Das ist sehr schwierig. Wir haben gerade die Technik verändert. Wir fischen Hardbait und Power Fisch auf dem Banken. Wir sehen, dass wir keine Bewegung bekommen haben. Wir fischen jetzt mit einem Wacky-Wurm. Ein Wacky-Wurm ist wie ein Vista-Wurm. Hier, auf der Nose. Wir legen einen Nail sinker in der Nose. Und dann legen wir den Huch. Ein kleiner Huch. Hier. Wir legen den Huch. Wir legen den Huch. den Huch. Hier Andy. vom Blech. Den Huch. Und wenn du die Cauch. Die Decke leckerst, dann wundernst du die Huch. Und dein Huch. Die Huch. Das. Wie das. Das ist Wacky-Style. Das ist ein schönes Barsch! Ein schöner Fisch! Ein kleiner Huck, ein Vistawarm, ein Nailsinker auf der Nose. Die Wärme kommt wirklich an der Nose. Und wenn du es schaust, schaust du es von der Barsche. Jetzt kommt der Sonne, wir warten uns auf das, nach dem Sonnenbrunnen. Es wird ein bisschen leichter sein, dass wir die Barsen sehen. Wir hoffen, dass wir sie sehen können, damit wir sie genauer targeten. Und nicht vergessen, dass wir alle techniken, die wir heute zeigen, wie der Walkie-Style, funktioniert für Barsen. Es ist eine gute Technik für Barsen, aber man kann sie für Barsen auf der Lokal Fischung benutzen. Das wird einen guten Resultat geben. Also, wir gehen jetzt! Es gibt eine Unterschiede, die man wissen muss, wenn man eine Topwaterbait fische, zwischen Barsen und Barsen. Wenn ich Barsen fische, ich fische den Barsen, dann stopme ich, dann warte ich, dann warte ich, und es fische. Ich stelle den Barsen, wenn ich den Barsen fische, dann warte ich ihn, und dann fische ich ihn, dann fische ich ihn, das funktioniert. und das ist sehr effizient für Bass Fishing. Wenn man Fisch für Perch, Spinnstopp wie dieser ist, sind nicht so effizient. Ich habe über die Jahre erfahren, dass wenn man Topwater für Perch fängt, man muss immer mehr Zeit aufhören, und man muss nicht aufhören. Es ist besonders wenn man sie hinterher und sie versuchen, zu holen. Wenn man aufhören, werden sie spookiert und dann sie erscheinen. Bei Perch Fishing, schnell aufhören und schnell aufhören. Das ist das beste Ergebnis. So, probiere es! Fisch auf! Topwater bait! Topwater, gut Fisch! Die gleiche Größe, ca. 40 cm. Ein schönes Fisch. Ja, 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 ja! Big Mama! Cool! Which side? Which side? This one? Moaki ist wirklich eine Finesse Technik, und wir fischen mit sehr hohen Lines. Und das Problem ist, wenn man so großartig ist, man kann nicht sehr hart pullen. Man muss sich Zeit aus dem Gras, das ist sehr wichtig. und wenn man so großartig ist, dann muss man so großartig und dann muss man so großartig Oh! 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 Das ist ein der squid! Oh! 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 Ich habe es einmal geworfen, und ich warte, und dann erhebe ich es wieder. Wenn du einen Blackbass missst, warte, dann wird er wieder zurückgekommen. Ja, ich habe meinen ersten Spanisch-Bass bekommen. Oh, komm, 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 komm. Bring it, bring it. Wir können sie sehen, da waren viele Bass, die sich umhernden. Und dieser hat sich direkt auf den Wurm und es hat es. Komm, komm, komm. Woohoo! Hey! Yes! Yes! Thank you very much, Matthew. Right, so this is what I caught it on. It's a vista worm. And as fishing was getting a bit hard, you can see I've removed the tip of it, which makes it a smaller bait, and when fish aren't biting, that is just a trick. And you can see there, you've got a little insert into it to make it slip, to make it sink slowly. It just goes down like that. Wiggling, wiggling, wiggling. And bass, they love it. A good day of fishing again. Yeah. Thanks, Mathieu. Three kilos, 57 centimeters. What a fish. Power fishing, and then finesse fishing behind. That was the key for the day. Let's release them guys. Yeah. Back to the water. So I'm just gonna say a song. You can never be my hero. Baby, I'm just gonna say a song. You can never be mine. You can never be mine. You can never be my hero. Hey." How old are you?"